Die Zeit, in der Bischof Ulrich von Augsburg lebte und wirkte, war in vielerlei Hinsicht ganz anders als unsere Zeit heute. Als im August 955 die gefürchteten ungarischen Krieger Augsburg belagerten und es erobern wollten und man weiß, was bei einer solchen Eroberung dann mit der Bevölkerung geschah, da ritt ihnen der 65-jährige Bischof Uldarikus, Deutsch Ulrich, mit einer hoch motivierten, aber zahlenmäßig viel kleineren Streitmacht entgegen. Ulrich, der Bischof, war unbewaffnet, ohne Schild, ohne Rüstung. Er lenkte sein Pferd todesmutig durch den Pfeilhagel der Feinde. Aber man kannte ihn aus vergangenen Zeiten auch als Feldherrn, der wenige Jahre zuvor König Otto I. mit seiner ebenfalls kleinen Armee gegen dessen rebellischen Sohn Lyotolf unterstützt und danach einen tragfähigen Frieden zwischen dem König und seinem aufständigen Sohn vermittelt hatte. Ein Bischof, der ein Heer anführt, der seine Stadt mit Mauern schützt, der Gericht hält und eigene Münzen prägt, das ist ein ganz anderer Bischof, als wir ihn heute kennen. Damals hatten nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern Bischöfe auch solche politisch-gesellschaftlichen Aufgaben. Und es ist zweifellos gut, dass wir heute eine andere Situation haben. Es ist allerdings auch verbirgt, dass Ulrich selbst äußerst anspruchslos lebte und seine kirchlichen Aufgaben als Bischof sehr ernst nahm. Er verzichtete auf Fleisch, schlief auf einer Strohmatte, sorgte persönlich für Arme und Kranke, die es damals in sehr großer Zahl gab, weil ja zum Beispiel noch keine Sozialversicherung existierte. Noch in seinem Testament bedenkt Ulrich einen Invaliden, den er auf dem Friedhof in Kempten kennengelernt hatte. Er war ein fleißiger Seelsorger, visitierte seine ausgedehnte Diözese, die damals tief ins Allgäu und bis nach Vorarlberg reichte, regelmäßig. Er hielt jährlich Diözesansynoden und Dekanatsversammlungen ab und war auch um eine gute Ausbildung des Klerus besorgt. Ulrich starb am 4. Juli 973, also vor genau 1050 Jahren. Sein Grab wurde zur Wallfahrtsstätte. Überall in Europa entstanden Ulrichs Kirchen. Er war der erste Christ, dessen Verehrung offiziell vom Papst bestätigt wurde, der gewissermaßen ihn heilig sprach auf diese Weise. Kardinal Sünens, belgischer Bischof und Konzilsvater, hat 1973 gesagt, Der heilige Ulrich ruft uns Christen den Sinn des Kreuzes und seine Fruchtbarkeit in Erinnerung. In einer Stunde, in der die Kirche eine Art Karfreitag durchlebt, ist es gut zu wissen, dass dies der normale Weg ist, über den seit Kalvaria die Erlösung der Welt und alle Erneuerung der Kirche geht. Der heilige Ulrich, so Kardinal Sünens weiter, hat noch eine andere Botschaft für uns. Ulrich war auf seine Weise ein Vorbote Europas. Es ist notwendig, dass Europa seine christliche Seele wiederfindet. Und auch das geht über das Kreuz. Europa wird in dem Maß leben, in dem wir unseren kollektiven Egoismen absterben, in dem wir Weit- und Weltsicht erlangen und der Gerechtigkeit dienen. Liebe Schwestern und Brüder, heute tobt im Osten Europas ein brutaler Krieg. Die gesellschaftliche und kirchliche Einheit ist heute anders, aber auch zutiefst bedroht. Nöte, die in mancher Hinsicht wiederum durchaus ähnlich sind wie die Nöte zur Zeit von Bischof Ulrich. Wir haben Grund, ihn um seine Fürsprache zu bitten, dass er als Freund Christi, als ein Mann, der das Evangelium gelebt hat, für uns eintritt, dass er uns Vorbild, Helfer und Mittler ist. Vertrauen wir darauf, dass Christus der Herr der Zeit damals war und auch heute bleibt. Amen.